Farmas habe ich noch nicht so lange. Aber... Verdammt! Wo bist du, Mitchell? Ich renne hier an der Werkspitze rum. Ah, dann komm ich mal eben. Und werde bei der Aktion wahrscheinlich das Recht wieder selber sterben. Naja, doch nicht. Das nächste LP-Projekt von mir wird wahrscheinlich Mass Effect 3 sein. Weil ich 1 und 2 auch kaputt gesuchtet habe. 2 wollte ich eigentlich auch noch zocken. Aber dann war doch einmal zu spät. Aber Mass Effect ist bestimmt toll! Ich habe schon Probleme mit einem Infanteriesoldat. Heißt das so? Oh mein Gott! Ah, ich seh dich! Mitchell88. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Aber irgendwie... Ich bin schon wieder tot. Pass auf hinter dir! Ah, der ist schon tot. Du bist Platz 4. Du bist Platz 2. Ja noch! Ja noch! Gib mal! Gib mal! Gib mal sterben! Oh fuck! Der Peter LP! Haha, no! Okay, ich merke schon. Ich hab immer die geilsten Spawns drauf. Man kann gar nicht besser spawnen als ich. Alter! Nein! Oh, hier werde ich mal ausgestiegen ey! Penis! Oh, der hat es endlich an einen Chat geschafft. So, ich komme eigentlich rein wieder. Mein Kill! Haha! Tja, den habe ich weggemessert und so, ne? Ich perfüge meine Zeitkinder nämlich nix. Du kennst da nix? Oh! Oh, wenn jetzt hier einer da reinmäht, dann sind wir alle tot. Oh! Flag Attacker Reborn habe ich gekriegt. Ma! Sag mal, was ballert ihr denn hier wild rum? Das ist ja vollkommen konfus. Ma, wie viel sind hier denn? Hallo? Komm, wir gehen mal nach A! Alle nach A! A, A machen! A! Terraria kommt wieder am 1.3. Aha! Neun! Rechts um die Ecke ist einer! Du musst wiederbeleben! Sauber! Jetzt hol ich mir den Wichser! Oh Mist! Na, ich habe wiederbelebt, zumindest. Bisschen Punkte habe ich dann Donner gekriegt. Ja, 100 Stück, hör mal! Ja! Also irgendwie fühle ich mich hier an der Wand, ist halt voll unbequem hier alles gerade. Die Wand ist so instabil. Da ist ein Mörserschwein dahinten. Attacke! Babababababababa! Sauber! Ui! Oh, Granate. Granate! Wow! Oh Mist! Oh, Penis! Ah ja, an alle Geburtstags-Kinder heute, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Also die Auflösung ist eine 1900er, allerdings zog ich jetzt im Fenstermodus, der nur 1200er groß ist. Oh fuck. Da war ein Panzer. Okay, ah, haben wir. Wohin jetzt? Ich bleib hier stehen, ich bewege mich nicht. Ist mir ja egal, wo ich hinlaufe, das ist nicht gut. Doch. Okay, ich lauf mal mit. Ist auch geil, dass alle jetzt hier sind. Alle. Okay, wie viel haben wir denn? Äh. Okay, ein paar müssen jetzt auch mal nach B laufen. Das wär voll nice. Oh, Penis. Oh, C ist ja auch noch frei. Da ist ja auch noch von denen da. Sau, säcke die. Pimmel. Pimmel, arsch. Sau. Und nochmal rum. Wir müssen mal, wir müssen mal eigentlich ernsthaft versuchen, irgendein Part auf FSK 18 zu trimmen. Was hast du vor? Nackt spielen? Ganz schlimme Sachen sagen. Ich glaube, mit sagen, das ist ja nicht so schlimm, oder? Penis! Klar. Penis! Du musst halt einfach viel energischer sagen. Noch energischer? Penis! Oh, ich bin Level 32. Ich hab ne Pau-P-D-W-R. Ist die toll? P-D-W-R? Klar. Oh, Marsch und Tod. Oh, Mist. Oh mein Gott. Oh, ich wurde gemessert. Nein! Tötet ihn! Okay, das ist unser Game. Sag, ich hab mal mehr Lust auf den... Oh, Panzer! Nein! Das ist ne gute Waffe. Ich probier den mal aus. Wenn ich nächstes Mal tot bin. Und tot bleib. Hier ist ein... Merk das schon, du bist ja sehr optimistisch. Im Moment bleib ich nicht tot. Äh, wo ist der denn? Hier war doch gerade noch ein Mörser. Ja, dann bemühe dich doch mal ein bisschen herum. Was, tot zu bleiben? Ja! Ich kann nur aus Erfahrung sprechen. Das ist super. Genau, der repariert den Panzer, der auf dem Kopf liegt. Was denn mit dem? Oh, ich glaube, ich werde schon mal anvisiert. Ja, aber wenn er auf dem Kopf liegt, dann kannst du dann quasi das Bug-Using. Dann kannst du... Der geht ja die ganze Zeit weiter kaputt. Und du kannst den die ganze Zeit reparieren und kriegst Punkte dafür. Ach, stimmt. Gart mal, ne? Wenn man den auf der Seite liegt. Ja, aber das ist nicht einfach, den auf den Kopf zu kriegen. Ich hab das mal durch Zufall irgendwie geschafft. Das war aber echt nicht einfach. Ich hab nur mal einen 360 hinbekommen. Den nehmen wir gerade auch noch einen. Ja, den bin ich gerade. Oh, hätt ich's mal nicht gesagt. Juhu! Eingenommen. Ja, von wo kommen die dann jetzt? Oh, die haben ja schon wieder da hinten A und so eingenommen. Dann würde ich mal sagen Richtung A, oder? Und C haben sie auch jetzt. Oh mein Gott. Also ein paar müssen auch mal stehen bleiben. Na los! So, vielleicht hab ich jetzt die Chance zu sterben. Ah, naja, hab ich nicht. Oh, 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 oh! So, wir hüpfen jetzt einfach mal hier rüber. Ich bin hinter alle Berge. Oh, da kommt ein Panzer im Krieg. Oh nein! Ah, dat war's. Dat war's. Schon tot? Schon tot. Schon ist der Drops gelutscht. Und schon wurde ich wieder verlebt, aber ich wieder sterbe. Ne, ich hab den abgeholt, den Typen. Ich nehm die Reanimation einfach nicht an. Oh, und tot. Ha! Oh, Half-Life 2. Auch sehr geiles Spiel. Dafür hab ich mir extra mal nur einen Rechner geholt. Nur deswegen. Warte, was war das? Die PDWR? Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Also auf dem Bild sah die cooler aus. 21 Schuss, okay. Oh! Ja, ich hab's gesehen. Das ist schön an mir vorbeigerauscht, das Muppet. Und die auch, ne? Ja. Herrlich. Das ist schön. Das ist schön. Also, das Ding dann noch mal nicht ins Gesicht zu kriegen, sondern einfach mal dran vorbei. Mal was anderes. Pass auf. Da ist einer. Du lügst. Kann man die schnell nachladen? Ich glaube, ja, kann man. Nein! Wir werden alle sterben. Okay, ich glaube, wir ist immer so relativ. Ich glaube, ich werde einfach nur sterben. Hahahaha. Sauber. Ich hätte warten sollen, müsste er reanimiert. Reanimiert. Seine Reanimation durchführt. Also dat ist mal Teamwork hier, wir rennen ja in einem durch, da geht, da, ne? So was von erobert alles, obergeil. Digga, epischer Eroberungsfeldzug, wo nur ich die ganze Zeit sterbe, ich, ich, opfer, ja, guck mal, ich opfer mich schon wieder rein. Ich hab mich voll reingeopfert. Du opferst dich rein? Also wer jetzt nach vorne kommt und mich wiederbelebt, der ist ein richtiger, okay, wir haben richtige Helden bei uns im Team. Ich wollte gerade auch, da war aber anderer schneller, ein anderer Held. Und, ja, da fehlt einfach dann der Einsatz, ne, von deiner Seite aus, was mich dann auch wieder sehr traurig macht. Ja, schade. Ey, wir verlieren noch. Nein! Los, sagst du eh. Oh, keine gute Idee, ich bin tot. Ähm, den, genau, den Server wechseln wir hier nach, genau. Also noch, wie viele Tickets sind das? 155 oder 300? Sag mal, ich bin Platz 2, ich hab dich überholt. Nein! Doch, ernsthaft. Immer noch? Penis! Ach, verdammt! Ha, schau! Wie kam das eigentlich dazu? Hast du mal genießt? Ne, der, der, ähm, der Dingens, der, der Tite, der TT. Ja. Der musste niesen und ich hab das dann irgendwie hingekriegt, das genau so nachzumachen, wie es sich dann gehört hat. Und ich bin irgendwie auch der Einzige geblieben, der ist irgendwie, kann die anderen versuchen es immer. Scheitern daran, das hört sich einfach gar nicht so an. Guck mal, wer Platz 2 ist. Mit 85 Punkten, glaub ich. Ja, wer denn? Guck mal. Wie, äh, du schon wieder? Hahaha. Verdammt. Ich bin über 100, ich hab gar noch zwei Kills gemacht, deswegen. Ja, toll. Und ich bin jetzt am Arsch der Welt gespawnt. Weil ich meinen Sturmsoldaten-Jobbings, das mal ernst bin. Haha. Metro 2033, da hab ich Angst. Du mit dir im Panzer und das geht in die Hose. Dann krieg ich auch Punkte, wenn du einen Kills. Komm, wir fahren nach D. Ne, nach C. Okay. Thermaloptik an. Ach man, wenn du einmal schießt, dann siehst du nichts mehr in der Thermaloptik. Ich übrigens auch nicht, also mach dir keine Sorgen, uns geht's dann das gleich. Links ist einer hinter Baum. Oh, fuck. Vielleicht sollten wir, ähm, aussteigen gleich. Ich schalte aus. Die kaufe ich mir. Den ersten hab ich mir gekauft. Ja. Schön rein, man. Auf Mist, ich häng fest. Hahaha. Hahaha. Wollte was drehen. Hör mal. Nein, jetzt lädt der nach, jetzt lädt der nach, jetzt lädt der nach. Boah. Pisa. Ja, dann guck ich noch auf das letzte Zeit, der Peter mich wieder überholt. Das ist ja doppelt AA. Geil, ne? Hör mal. Er rennt hier weg, der Pille, Mann. Pille, Mann. Pille, Mann. Französisch. Der Penis. Ich kann zwar gar kein Französisch sprechen, obwohl ich hatte es mal drei oder vier Jahre lang, ne? Ja, aber man verdrängt es. Man verdrängt es. Na, die Lehrerin war auch klasse, die hat dir die Arbeiten immer hervorgesagt. Wer hat eine A? A machen. Oh fuck. Wohin willst du eine A? Ja, ich geh nach A. A. Da, wo ich immer sterbe. Wo war denn Nummer A? Ach, hier. Da, wo A dran markiert ist. Da ist A. Peter. So funktioniert das Spiel. Oh mein Gott. So, eine A. Willst du da wieder grad schon übernommen? Ja, von mir. Aber nimm doch nicht, bis ich da bin. Der einzig schwache Übernehmer. Nein. Ach, verdammt. Das ist ja 200 Punkte mehr. Ich erschieß sie einfach, wenn ich das könnte, ne? Geh weg. Er schießt mal schnell der Milch in Mitchell. Der ist hier hinter dem Container. Ach, schade. Ich erfolge dich einfach, weil wenn du stirbst, kann ich nicht wiederbeleben. Wo willst du hin? In den Panzer rein. Pass auf. Ich glaub, ne MP7 hab ich noch nicht. Oh, da hinten sind ganz viele. Ich glaub grad Richtung... C oder B. Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Weil bei beiden ist gut was los, glaub ich. Aber B ist mir wieder viel zu offen. Zu open. Aber B hat man immer sofort den Arsch offen. Komm, kipp um, kipp um. Oh mein Gott. Im Moment ist er ziemlich hektisch hier gerade. Muhahaha. Weil ich auch so mit dem Mitchell hier voll zugange bin. Guck mal, ist drin nur zwei Punkte. Satin. Nochmal auf, Kills zu machen jetzt. Haha. Ich krieg die noch. Oh. Erster. Äh, zweiter. Ey, warte, wir können den ersten holen. Ich glaub, dass ich stattdessen erster bin. Haha, zweiter. Nein. Also meine HDD ist so voll, wenn ich drei Stunden aufnehme ungefähr. Mit der Auflösung. Obwohl, denn mit der Auflösung brauche ich ein bisschen länger. Wobei das voll scheiße ist. Ich will manchmal viel länger zocken und dann kann ich nicht, weil die Festplatte voll ist. Scheiße, ich bin gestorben. Aber egal, ich bin 151 Punkte vom Peter. Nein. Doch. Verdammt nochmal, ja. Das motiviert mich umso mehr. Der Ansporn, Elfie. Ey, ich spawne ihn hier und direkt muss ich vor der Granate pflüchten, ey. Das war meine. Ich wollte doch nur die Ausrüstung kaputt machen. Hast du dich schon da hingelegt, ne? Genau. So, aber geh mal hin. C wird schon wieder übernommen da oben. Ja, geh du mal woanders hin. Ja, ich geh nach C. Ey, geh du mal woanders hin. Geh mal irgendwo hin, wo wir schon eingenommen haben. Nein. Was ist das denn für ein scheißge Piepe hier? Ist das nicht scheiße? Typ. Könnt ihr mal aufhören, den Nach-Join-Knopf zu drücken, bitte? Du bist so töd. Der blöde Peter habe ich schon wieder überholt. Ich kriege einen am Krabbel hier. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, ha, ha, ha. So lange du die Stats im Stream nicht zeigst, ist alles in Ordnung. Welches Stats? 15 zu 14, meinst du? Ey, so schlecht bin ich gar nicht. Was ist denn los mit euch? Einer der besten Spiele seit langem von mir. Ey, das gepiepe, ne? Wat für ein Pille, Mann, der da Down-Join drückt. Wow. Das geht nicht gut. Ich wusste es da nicht gut. Aber ich bin wieder Zweiter. Nein. Zwölf Punkte vor dir. Ja, auf geht's, Peter. Geh auf K. Zwölf. Zwölf? Dann gewicht trotzdem noch. Nein, Mann. Nein, Mann. Oh, ich habe schon wieder irgendeinem Squad-Spawn geboren gekriecht oder so. Ui, oh, das war knapp. Also es bringt nichts, dauerhaft den Nach-Join-Knopf zu drücken im Battle-Lock. Außer, dass es bei mir dauerhaft piept. Da müsste er schon kurz warten. Nein, das lädt er nach. Das wären meine Punkte gewesen. Oh, fuck. Na. Haha. Und da trennen sich unsere Punkte immer weit. Was ist da los? Nein. Was ist da los? Ich mache mal Alleingang nach B. Wie ich tue das? Ja, sauber. Was ja sauber. Nein, das piept nicht die ganze Zeit, wenn man in der Warteschlange ist, sondern wenn man auf Join klickt. Deswegen muss ich, glaube ich, bald so ein Battlefield-Stream nicht mehr machen, weil dann alle nur noch Join klicken, schlauerweise. Oh, da kann doch nicht wahr sein. Die alle von allen Seiten klicken. Nee, nee. Ja, der freut sich jetzt bestimmt gerade, dass er so die ganze Zeit klicken kann, wenn man das dann hört im Stream. Wie? Nein. Immer. Irgend so eine Missgeburt. Glück. Oh, er hat mal aufgehört. Ich muss ihr ja mal anschreiben. Das kann doch nicht sein, ob man da dauerhaft hört. Können wir das dann schön ändern. Meine Heilung. Nein. Pass auf, hinter dir. Ja, sauber. Oh, danke schön, dass er nicht mehr drückt. Boah. Gegner eliminiert. Nein. Ich bin ja, ich bin ja fast 500 Punkte vor dir. 500, guck nochmal hin. Hör auf. Boah. Peter. Okay, da. Ich muss auf jeden Fall beide rumlaufen, um die Quills zu spielen. Haha, genau. Wow. Nein. Oh, fuck. Ja, sauber. Es liegt der nächste Ochse. Wieder beleben. Punkte sammeln. Meine Belebung. So. Wie weit sind wir auseinander? Nein. Komm, sterbt und spawnen alle bei mir. Gib Punkte für mich. Haha. Scheiße. Oh, der Turm ist gerade auf einen umgefallen. Aber mach doch... Jetzt hast du mich mit der Maul. Nein, ich gehe fest. Und wir gewinnen jetzt. Ich höre schon die Musik. Ja, geil. Kommt, alle stehen. Geht sterben oder so. Oh nein. Nein, das kann man nicht machen. Und wer hat, wer hat? Ja, du natürlich. Das ist over. Ja, gar nicht. Aber hat auf jeden Fall mega Bucke gemacht, ey. Haha, guck mal. Krass. Ja. Ja, irgend so ein Panama-Ner-Klick die ganze Zeit. Hört man jetzt auch. Ich weiß ja auch nicht, wie man das auskriegt. Na cool, ich habe jetzt das Reflex gekriegt für die MP7. Boah, was ich alles für Ribbons gekriegt habe. Äh, Battle-Lock ist deaktiviert. Schlauerweise. Ich habe sogar genauer Kehrs-Ribbon gekriegt. Oh, mal auf. Soweit habe ich glaube ich noch nie gekriegt. Ja, warte. Mal lang. Weil du genau gestorben bist. Ja, wie genau ich gestorben bin. Ich habe jetzt, wie viele Punkte gekriegt? 14.400. Wow. Das ist dann schlecht, so. So, warte. Und nächste Runde geht es woanders weiter.